Wir unterhalten uns heute mit Ben Rudolph. Er ist Vertriebsleiter Web Solutions der Firma Interconnect GmbH und Co. Kalksruhe. Wir haben seit 2018 eine Kooperation zwischen dem Sportbohn Rheinland und der Firma Interconnect und wollen auf diesem Wege die Sportvereine auf dem Weg zur Digitalisierung unterstützen. Ja, Herr Rudolph, in Corona-Zeiten hat die Digitalisierung sicherlich einen zusätzlichen Schub bekommen. Welche Erfahrungen haben Sie denn als IT-Dienstleister in der Corona-Krise, in der Corona-Zeit? Ja, die Erfahrung ist auch so ein bisschen zwiegespalten, will ich fast behaupten. Es ging natürlich im März los mit einem Boost oder mit einem Riesenschub, wo dann natürlich die Anfrage an Homeoffice, das Einrichtungen von Homeoffice, auch Online-Zugriffe von zu Hause, VPN-Zugänge etc. natürlich extrem hoch war. Alles musste jetzt schnell beschafft werden. Riesenanfragen an Laptops, Webcams natürlich auch, weil man sich ja dann auch sehen möchte etc. Das hat aber im April dann auch recht schnell wieder abgenommen, weil dann viele auch unserer Kunden dann in Kurzarbeit gegangen sind und da dann natürlich Investitionen stark gescheut haben, weil sie ja nicht wussten, wie es dann letztendlich weitergeht. Und ja, insofern ist es dann schon so ein bisschen zwiegespalten. Für uns als Firma direkt, also für uns als IT-Dienstleister war die Umstellung natürlich jetzt erstmal marginal. Wir sind überwiegend auch schon im Homeoffice. Wir arbeiten mobil. Wir haben Modern Workplaces, wie man es so neumodisch nennt. Insofern war das jetzt für uns nichts Neues. Aber ja, für die Kunden dann doch eben. Und da hat man auch so unterschiedliche Phasen durchlaufen, wie sie am Anfang erst so ein bisschen nervös waren vor dem Ganzen, dann sich an das alles gewöhnt haben und dann Spaß daran gefunden haben, was man dann doch für Vorteile daraus zieht. Bis hin dazu, dass es jetzt so langsam dann auch echt viel wird und viel Online-Besprechungen werden. Aber gerade in Bezug auf die Vereinswelt erfreut mich natürlich besonders, dass hier diese Hürde, die viele jetzt oder die in der Vergangenheit doch viele Vereine sehr hoch gesehen haben, doch merken, dass die Hürde gar nicht so groß ist und die Vorteile umso größer. Und sich dann doch mehr und mehr Vereine mit diesem Thema Modernisierung, Digitalisierung dann auch überhaupt mal beschäftigen, weil das Thema Digitalisierung an sich ist ja jetzt nichts Neues. Ja, warum ist es aus Ihrer Sicht denn ja heute mehr denn je wichtig, die Vereinsverwaltung zu digitalisieren? Was sind die Vorteile? Warum sollte der Verein das tun? Der wesentliche Vorteil ist ganz einfach, immer zu jeder Zeit von überall her erreichbar zu sein, also die Vereinsverwaltung. Ich merke auch immer wieder, dass Vereine dieses Thema Vereinsverwaltung nicht ganz so hoch priorisieren, weil sie denken, das läuft schon irgendwie. Und ich sage auch immer ganz gerne, auch in diesen Workshops, die ich halte und Seminaren, die Vereinsverwaltung ist das Herzstück des Vereins. Da läuft das alles zusammen, da sind die Kontaktdaten aller Mitglieder, darüber ziehe ich meine Beiträge ein, da verwalte ich letztendlich alles. Also das ist sozusagen das Herzstück, so kann man es schon bezeichnen. Und wenn ich dann höre, dass sich dann mehr Spartenvereine mit über 1000 Mitgliedern noch mit Excel lokal auf irgendeinem Rechner verwalten, dann komme ich schon ein bisschen ins Grübeln und versuche die dann auch ins Nachdenken zu bringen und ihnen die Vorteile vorzuzeigen, die dann auch sind, eben immer erreichbar zu sein und dann auch die Sicherheit zu haben, in Form von Backups eben auf ehemalige Versionen, wenn irgendwas kaputt geht, zurückgreifen zu können. Natürlich empfehlen wir dann auch immer, dass eine professionelle IT-Firma da im Hintergrund ist, also unabhängig davon, ob sie jetzt mit uns arbeiten oder mit jemand anderem, dass sie einen Ansprechpartner haben, den sie anrufen können, wenn sie eben Probleme haben. Und das sind eigentlich so die wesentlichen Vorteile, die so die Online-Welt dann auch bringen. Vielleicht eine Anekdote noch bei der Gelegenheit. Wir hatten jetzt auch einige Fälle, die bei uns angerufen oder uns eine Mail geschrieben haben, die dann irgendwo im Urlaub festgesessen sind aufgrund der aktuellen Situation in Quarantäne und gesagt haben, ich muss für meinen Verein jetzt den Beitrag einziehen. Kann ich das auch von Andalusien aus oder kann ich das auch von sonst wo, wo ich gerade bin? Das ist selbstverständlich, wenn sie Internetzugang haben, greifen sie darauf zu. Sie können dann alles für ihren Verein machen und dann sind die natürlich happy. Sie haben das Programm schon kurz angedeutet. Wir fördern ja die Vereine seit 2018 eben mit einem gemeinsamen Zuschuss, der auf der einen Seite von Ihnen kommt, auf der anderen Seite vom Sportboden Rheinland dann bis auf die Jahresgebühr, der der kleinen Intelli-Verein, des Produkts Intelli-Verein ausgeweitet ist, sodass da keine Kosten im ersten Jahr entstehen, keine Anschlusskosten oder keine Einrichtungskosten und keine monatliche Gebühr, erst ab dem zweiten Jahr. Können Sie in wenigen Worten das Programm, das Produkt Intelli-Verein erklären und welchen Nutzen es für den Verein hat? Ja, Intelli-Verein ist eine Vereinsverwaltung, die sich vielleicht insofern abhebt, dass wir hier, also die Firma Interconnect ist ja ein Inhaber geführte GmbH und Co. KG und auch der Inhaber selbst ist ehrenamtlich Vorsitzender eines Vereins mit über 8.000 Mitgliedern. Ich selbst bin leidenschaftlicher Tennisspieler und auch seit sechs Jahren jetzt als Sportwart in einem einsparten Tennisverein tätig. Wir haben jemanden vom Deutschen Turnerbund, wir haben jemanden von den Naturfreunden und so sind wir eine Truppe hier, die zwar IT im Hintergrund hat, aber den Sport doch oder das Ehrenamt kennt und liebt letztendlich auch und darauf basieren auch diese Online-Lösungen wie auch Intelli-Verein und das merkt man denen an, dass da einfach ein Know-how drinsteckt von Leuten, die damit zu tun haben auch tatsächlich und ja, an sich deckt alles ab, was wichtig ist. Wir haben da uns auch mit anderen Vereinen dann zusammengetan, haben dann überlegt, was sind denn so die zentralen Punkte, die eine Vereinsverwaltung braucht, um den Verein sinnvoll zu verwalten und daraus ist dann Intelli-Verein entstanden. In den letzten Jahren ist die Nachfrage extrem gestiegen und man merkt doch auch durch das Feedback, dass wir hier einen Nerv getroffen haben. Und nach zwei Jahren, wie fällt da so eine grobe Zwischenbilanz aus? Wir werden es auf jeden Fall noch bis zum Jahresende weiterführen, also Ende 2020 wird die Kooperation bis dahin noch weitergeführt. Wie es danach weitergeht, müssen wir dann selbst auch mal schauen, wie die finanziellen Fördermittel beim Sportbund Rheinland aussehen. Wie fällt so eine Zwischenbilanz, sag ich mal, so ein halbes Jahr vor, vielleicht quasi Abschluss bei Ihnen im Haus aus? Aus meiner Sicht durchweg positiv. Also klar, zum einen haben wir natürlich Intelli-Vereinen verkauft, klar, aber zum anderen, was wesentlich wichtiger ist und was auch eigentlich Ziel vom Sportbund auch war und auch von uns, dass wir die Vereine dazu anregen, sich zu modernisieren oder zumindest mal sich Gedanken darüber zu machen, wie sie sich besser, moderner aufstellen können im Zusammenhang mit Vereinsverwaltung. Und das merkt man auch an den Workshops, dass da die Teilnahme und das Interesse sehr groß ist. Es werden sehr intensiv Fragen gestellt, sehr viel auch hinterfragt und auch Anregungen gegeben. Ein paar Anregungen haben wir dann auch sofort umgesetzt, die wir dann auch für sinnvoll erachtet haben. Natürlich gibt es immer so die ein oder anderen Anliegen, die dann sehr speziell oder individuell sind. Man kann da nicht auf alles eingehen, aber auf vieles sind wir tatsächlich eingegangen und so kann man dann auch die Vereinler glücklich schätzen, bis sie glücklich machen. Und davon profitieren dann auch wir, beziehungsweise das Produkt, weil dann andere auch wieder davon profitieren können. Das heißt, Eingaben oder Anregungen, die von Vereinen kommen oder die jetzt auch vom Sportbund kamen, die werden dann ins Gesamtprodukt eingearbeitet und da hat der nächste Verein dann auch wieder was von, richtig? Genau, also grundsätzlich sammeln wir Benutzerwünsche. Also es ist so, dass wir einmal im Monat immer Updates fahren von unserem Produkt, also über unsere Intelli-Online-Lösungen hinweg und wir sammeln dann die in einer Liste. Wir nennen das dann in einer Feature-Request-Runde sprechen wir das durch und da wird dann abgehakt. Das ist super cool, das machen wir auf jeden Fall. Ah, das ist ein bisschen aufwendiger, aber trotzdem gut. Da braucht man vielleicht ein bisschen länger, aber machen wir auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich auch diese Phase, das heißt, das ist jetzt nicht so sinnvoll. Da müssen wir leider eine Absage erteilen, aber wir geben den Leuten dann auch Rückmeldungen und das wird dann monatlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Und wie sind die Rückmeldungen allgemein von den Vereinen auf Intelli? Kommen da viele Rückmeldungen, die kritisch sind, so nach dem Motto, ah, es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, nicht so, wie ich mir das im Webinar erklärt bekommen habe? Oder sind es tatsächlich überaus positive Rückmeldungen, die dann auch wieder die Ideen weitergeben oder mitdenken tatsächlich so als Open-Source-Gedanke? Ja, genau. Also erfreulicherweise ist es tatsächlich überwiegend positiv. Also wir haben jetzt keine größere Kritik bisher herangetragen bekommen. Einzelne sind tatsächlich dann eher konstruktiv, dass sie sagen, ey, das ist super, ich kann das und das machen, aber es wäre gut, wenn. Und das lassen wir dann, wie gesagt, hier einfließen. Und da sind die auch sehr, sehr dankbar, dass sie da die Möglichkeit haben, da auch mit einzutauchen. Deswegen, also bisher läuft es sehr gut und wir freuen uns, dass wir da auch den Nerv treffen, wie gesagt. Das ist super. Also wir haben auch viele Rückmeldungen, die da eben ins Positive reingehen. Sie sind auch als Referent beim Sportbund Rheinland eben tätig, um genau dieses Intelli-Verein eben vorzustellen in Webinaren. Können Sie mal ganz kurz schildern, wie ein solches Webinar abläuft und mit welchen Erwartungen die Leute bisher teilweise natürlich auch in die Live-Webinare, also in die Präsenzfortbildungen kamen. Mit welchen Erwartungen kamen die da hin und was haben die für Fragen gestellt? Anfangs war der Zulauf und ist eigentlich auch immer noch sehr groß. Viele waren anfangs eher neugierig, dass sie gesagt haben, ich will mir das mal anschauen, mal einen Überblick bekommen, was ist das überhaupt? Und wir haben natürlich auch viel über Vereinsverwaltung im Allgemeinen gesprochen. Was ist denn da wichtig und unwichtig und was so aus meiner Sicht und unserer Erfahrung ist und haben uns da so ein bisschen ausgetauscht. Also es war ein sehr angenehmer Workshop-Charakter, der da auch entstanden ist. Sehr viel konstruktive Fragen, die da gestellt wurden, sodass wir da wirklich auch Dinge einfach auch ein bisschen erarbeitet haben und dann auch geschaut haben, wie passt das Ganze. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich dann auch Intelli-Verein vorgestellt, gesagt, wie man das da dann abbildet entsprechend, was man damit dann machen kann. Und auch da kamen dann schon sehr konkret Fragen. Ein Klassiker ist dann, wie kriege ich denn meine Daten da überhaupt rein? Also wie funktioniert die Datenmigration an sich? Weil das natürlich die erste Hürde mal ist, die aber gar nicht so groß ist, weil das über eine einfache Excel-Liste funktioniert. Und ja, bis hin aber auch zu komplexeren Vereins, ich sage jetzt mal Vereinspolitischen Themen, die man dann anfängt zu diskutieren, so unter Ehrenamtlern, wo man dann auch versucht, Lösungen zu finden, genau. Aber grundsätzlich sehr angenehm und die Erwartungen waren anfangs, wie gesagt, eher Richtung, zeig mir mal, was ist das überhaupt? Und inzwischen sind wir da angekommen, dass wir wirklich themenspezifisch auch Webinare anbieten und da dann auch diese nachgefragt werden. Also ich will jetzt einfach mal nochmal tiefer in dieses Thema Beitragseinzug zum Beispiel eintauchen und da was gezeigt bekommen. Und das versuchen wir jetzt eben durch diese Webinare abzubilden. Wir sind ja gerade voll in der Webinarphase. Seit Anfang April hat der Sportbund Rheinland ja auch aufgrund der Corona-Krise alles umgestellt auf Webinarinhalte. Keine Präsenzlehrgänge waren mehr möglich. Alles wird von jetzt auf gleich eben umgestrickt. Alles, was vorher als Präsenzlehrgang gedacht, geplant, konzipiert war, wird jetzt eben als Webinar umgesetzt. Angefangen von der Öffentlichkeitsarbeit über Breitensport- und Sportpraxisthemen, über Steuern, Rechtsfragen, bis hin natürlich auch zu den Vereinsverwaltungsfragen. Was sind denn die nächsten Schulungen, die zum Thema Intelliverein anstehen? Wir haben jetzt im Juni gleich zwei Webinare. Das eine ist auch nochmal so ein Gesamtüberblick am 8.6. über Intelliverein, die Online-Lösungen allgemein. Und dann haben wir nochmal mit dem Sportbund Rheinland mit der, wie heißt sie, Frau Quietsch, genau, mit einer Fachfrau zum Thema Buchführung, die dann auch speziell zum einen, das ist eigentlich ein ganz schöner Austausch, das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, das kam sehr gut an. Wir haben dann zum einen eben produktseitig gezeigt, wie ich was genau mache, also wo ich klicken muss, um was abzubilden. Auf der anderen Seite aber dann die Fachfrau, die dann erläutert, warum man das auch so macht und wie man das dann auch, also was dann der Hintergrund dahinter ist, wie man das dann auch mit seinem Steuerberater abstimmen kann, etc. Also einmal dieses Fachliche und dieses Technische vereint, das ist dann am 15.6. Genau. Ja, für alle, die da irgendwie weitere Informationen brauchen bei uns über die Sport.rheinland-Homepage, sind die Webinar-Aktionen, Angebote natürlich zu finden, über den Reiter Bildung und dann die Webinare, da ist eine ganze Latte drin, unter anderem dann eben auch die Intelli-Vereinssachen. Da wird sicherlich wieder die Nachfrage groß sein, wie bei vielen anderen Webinaren auch. Und von meiner Seite hoffe ich, dass die auch gut voll sind. Und am Ende wiederum viele sich auf den Weg machen in die Digitalisierung. Wie gesagt, die hat ja jetzt in Corona-Zeiten einen kleinen Schub bekommen, wie ganz am Anfang unseres kurzen Interviews schon mal besprochen. Klicken wir jetzt mal nach vorne, so zum Ende des Interviews. Was glauben Sie, wie sich das Vereinsmanagement nach Corona verändert haben wird? Oder sagen Sie, ach, ehrenamtliche Strukturen, Vereine, das ist so traditionsbehaftet, die werden wieder so arbeiten wie vorher und da wird sich nichts getan oder nichts verändert haben. Ja, schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass sich was ändern wird. Insofern, dass dann doch ein größeres Bewusstsein für gewisse Dinge jetzt da ist. Zum einen das Bewusstsein für große Veranstaltungen, wie ich sowas organisiere. Dann aber auch natürlich die ganzen Internas. Also vielleicht kann man ja zukünftig das Thema Vorstandssitzung dann auch mal so gestalten, dass, wenn jemand irgendwie im Ausland unterwegs ist oder nicht da, dann kann der sich online mal zuschalten. Das ist ja in vielen Vorständen undenkbar. Auch ich habe mit meinem Vorstand, bei mir im Verein, muss ich ehrlich sagen, kämpfen müssen, dass wir mal eine Online-Besprechung machen. Und wo dann alle drin waren, haben wir gesagt, oh, das ist ja cool. So einfach und so lässig habe ich mir das nicht vorgestellt. Und es ist schön, euch mal wieder alle zu sehen in dem Zusammenhang. Insofern glaube ich schon, dass da auch dieses Bewusstsein für diese digitale Welt, für diese Online-Welt hier auch noch mal sensibler geworden ist beziehungsweise ein Verständnis dafür da ist, was für Vorteile das dann auch doch mit sich bringt. Sehr gut. Dann sage ich vielen Dank an dieser Stelle, Herr Rudolf. Ich glaube, da war eine ganze Menge an interessanten Informationen für unsere Vereine dabei. Und wir hoffen, dass die Krise bald überstanden ist und wir alle wieder vielleicht normal arbeiten können. in Anführungsstrichen normal und schauen mal, was sich nach der Krise tatsächlich verändert und dann sprechen wir vielleicht im Laufe des Jahres einfach noch einmal. Vielen Dank für die Zeit bis hierhin. Ja, vielen Dank auch so weit. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020